Kurz vor dem Tätowieren, bist du aufgeregt? Also aufgeregt kann man dem nicht sagen, weil ich mache es ja auch schon sehr lange. Seit 18 Jahren tätowiere ich mich eben wieder. Aber vorfreut auf jeden Fall, wie weit es mir heute kommt. Bist du ready? Ja. Wie viele Schmerzen ist, wenn ich tätowiere? Ja, it's just the beginning, sage ich so gerne. Aber jetzt ist es noch aushaltbar. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es waren drei sehr lange, schmerzhafte Stunden. Aber eben das Gefühl danach, das kann man natürlich wenig beschreiben. Das ist eben das schönste Tätowieren, wenn man dann das Ergebnis sieht. Ich bin froh, dass es nicht so gut ist. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh.